Musik Hier steht der Gunter Starke, den werde ich gleich vorstellen, der ist der absolute Pfad und insgesamt natürlich vier Disziplinen. Wir fangen an mit Fliesen legen, gehen dann über in einen Beton-Eimer einen Metall-Anker setzen und danach geht es weiter mit dem Laminat verlegen und eine Kiste zusammenbauen. Hier sieht man schon ganz toll die Pokale. Erster Platz ist ein 600 Euro Einkaufsgutschein von Ovi plus dieser Pokal. So und jetzt fangen wir mal an Gunter, du bist hier der Fachmann. So wir wollen nicht gleich eins machen, wir gehen heute mal auf die Produkte ganz kurz ein, mit denen dann unsere Heimwerker hier arbeiten werden. Später, das kommentieren wir heute gar nicht jetzt hier. Und hat auch schon ein Friesen verlegt. Hat schon eine Kratze benutzt, oder sie können eine Kratze benutzen, aber dann eine Zehner oder Zwölfer, die muss ziemlich hoch sein. 6 x 5. Unser letztes Pärchen, einmal die Nummer 3, bitte. Hallo, und wer bist du? Hallo Felix. Wir haben noch die 1. Hallo Achim, woher? Auch aus dem Kampel-Tal? Und heute gibt es ein richtiges Familiengelände am Teil. Das ist ja brutal. Das ist ja nur die 56. Das ist ja der Hammer. Eine Minute und 30 gibt es drauf. Dann sind wir bei. Ich sage jetzt nicht, ob es richtig war oder ob es verkehrt war hier. Ich sage, heute sind die Quellen hier 22 Wochenhammer und deswegen, das erklären wir dann später. Und das ist die Freundin. Ist das in der Mitte aus? Nee, passt. Wunderbar. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, und schnell, schnell, schnell. Okay, also schon mal keine Strafpunkte. Die Plätze, fertig. Los! Gucken wir mal, was die Jury sagt. Immer noch eine sehr gute Zeit mit 1 Minute und 40 Sekunden. Der hat es ja noch mal probiert. Der hat ihn ja wieder rangehängt. In welcher Seite? Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht schwer. Und ich sage wieder, auf die Plätze, fertig, los! One, three, let's go! Ja, wir haben jetzt gute Zeit nach mir. Ja, wie weit sind wir? Oh, gut. Wie liegen wir denn mit der Zeit? Ja, so und stopp! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Was denken Sie, wie kommt das Event an? Ich glaube, ganz gut. Ich würde auch hier sagen, damit wir fair sind, also diese Seite ist nicht richtig, nicht bündig. Genau neun Minuten. Also eine Minute 40 plus neun Minuten. 10, 14. Der dritte Platz beziehungsweise der dritte Pokal. Da passt ein bisschen was rein. Und dann den X-Schrauber noch einmal. Und es muss einen Platz 1 und einen Platz 2 geben. Und deshalb haben wir uns noch was einfallen lassen. Wir machen jetzt einen mit Nageln, ja, aber mit Nägeln. So, jetzt hast du meine Anfängste da. 1, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19. Hier ist den 600 Euro Gutschein von Obi. Gibt es da was, was man jetzt unbedingt haben muss? Edition und dazu den Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Bis dran. Dankeschön, war ganz klasse. Super. Super.